Guten Morgen, Willkommen zu Warzone 2100 Let's Play. Mal wieder. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So, und wir sind in Vision 13. Haben die Alpha-Vision jetzt erfolgreich erstmal abgeschlossen, alle? Und dürfen jetzt erstmal noch ein bisschen was fertiger forschen. Bis dahin kann ich ja mal Einheiten ein bisschen neu strukturieren. Und ich will noch einen Commander bauen. Äh, äh, Halbketten. Halbketten nennen wir ja, denn, äh, äh, wie hieß er? Äh, Moment, ich hab's mir aufgeschrieben. Kevin562386 hat mir geschrieben, was da alles Tolles kann. Und deswegen baue ich davon, ach, scheiße, bin ich blöd. Äh, gleich mal vier Stück. Denn die werden mir der Zeit noch besser und dann kann man auch mehr Einheiten zuweisen. Und nicht nur so ein paar Lumbie hier. Und die hätten mir auch noch ein paar andere Tipps gegeben, wie ich zum Beispiel Mauern ganz schnell abreißen kann. Und... Äh, was will ich jetzt noch sagen? Jetzt hab ich's vergessen. Sch, also... Ja, und noch ein paar andere tolle Sachen. Möcht' ihm danken dafür. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Könnten wir das Spiel einfach machen? Hö, möglicherweise. Vielleicht. Eventuell. So, wie... Welche Einheiten weise ich denen jetzt zu, ne? Aber warum kann ich die nicht alle auswählen? Hab ich nicht vier gebaut? Hä? Ich hab doch vier gebaut! So betrunken bin ich noch gar nicht. Äh, hey! Hä? 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 Moment. Nee, hä? Mist. Äh. Wieso ist der jetzt nicht mehr da? Was ist das denn jetzt für ein Mist? Er... fehlt? Was? Hä? Warum ist der jetzt wieder jetzt nicht angezeigt? Was ist das denn für ein Bug? Okay, Moment. Löschen. Und nochmal versuchen. Hä? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Äh. Er wird nicht mal angezeigt. Warum? Grundlagenforschung abgeschlossen. Keiner von nicht mehr bauen, oder? Oh, Moment. Die Forschung ist abgeschlossen. Und ich kann nicht mehr noch also erforschen. Okay. Fahrzeugforschung abgeschlossen. Nee, bang. Also Pythons schneller als Pythons. Hm. Also, Pythons nur in schnell. Oder wie seh ich das? Piss dich, du scheiß Muppen. Die Viecher nerven langsam. Egal, ich bleib bei Pythons. Und. Ach, ich nehm erstmal neue Einheiten. Nehm ich dich. Am besten, ich mach's so wegen Gruppentechnisch. Dass ich. Praktisch. Einer Fahrzeugart pro Commander hab. Keine Ahnung, ob das ne gute Idee ist. Ich mach's einfach mal. So, und jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, welchen Commander ich was zugewiesen hab. Geile Scheiße. Ah, okay. Nein. Wo war das jetzt wieder gestanden, dass ich... Ne, ja, genau. Äh, ach da. Da bin ich richtig. Ach, ich hab schon welche gebaut davon. Ach ja, richtig. Die leben noch? Die leben noch? Interessant. Gut zu wissen. Und. Fährt grad auf, kann ich die so überhaupt in den Tele... Teleporter, ja. Transporter laden? Geht das? Ach ja, richtig. Da hab ich ja auch noch was stehen. Fabrik-technisch. Oh, Gott. Was ist denn los? Mehr nicht? Jetzt hab ich irgendwie so Riesenarmee erwartet? Na ja, dann eben nicht. Oh, verdammte Scheiße. Dich, hier, was weiß ich dir zu... Bunte Mischung. Jawohl. 666. 6 mal die 6. Nein, äh. Nomm, 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 nein. Das sag ich jetzt lieber nicht. So was nenn ich noch mit. Dich nenn ich auch noch mit, jawohl. Reparatur... fahren halt auch irgendwo rum. Oh Gott. Oh, komm. Oh, verdammt. Das wird jetzt zwei Stunden dauern, bis die im Transporter sind. Äh. Hade ich nicht ein Commander angewiesen in das... Oh Gott, ja, genau. Geil. Ich komm nie... Äh. Äh. Gehen die jetzt auch da mit rein? Ja, sie versuchen es zumindest. Noch fünf Minuten. Ja. Ich weiß. Hopp. Irgendwas rein. Scheiß drauf. Schick los. Oh, Mann. Okay, Mission 13. Ja, kann man ja das richtige Mission bezeichnen, aber... Egal. Einlagebericht folgt. Team Beta durchsucht diesen Sektor nach der Vertical Take-Off and Landing Technology, VTOL. Diese wird in einem Luftstützpunkt aus der Zeit vor dem Kollaps vermutet. Team Beta wird derzeit von einer Streitmacht angegriffen, die als das Kollektiv bekannt ist. Aufklärungsberichte zeigen, dass das Kollektiv technologisch fortgeschrittener ist als wir sind. Rechnen Sie mit Luft- und Bodenangriffen. Rechnen Sie mit Luft- und Bodenangriffen. Nach Ihrer Ankunft übernehmen Sie das Kommando über die Basis. Sie müssen sie verteidigen und unter allen Umständen halten. Befestigen Sie die Außenbezirke und sorgen Sie für eine Luftabwehr. Neue Technologien sind verfügbar. Missionstimer aktiviert. Fein... Okay, okay, okay. Oh, ich muss die anders benennen. Moment. Äh... Beta Team... Oh toll, jetzt soll ich die ganze Benennung ändern. Ah, geil. Ja. So, okay. Okay, jetzt ganz ruhig. Ich habe das Gefühl, wir brauchen Luftabwehr. Oh, was ist das? Das hat er... Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le. Nein, ich auch nicht. Okay, okay, wo ist der...? Energieressource. Okay, verpiss dich mal da. Eintreffende Übertragung. Commander, wir empfangen gerade verschlüsselte Signale. Entschlüsselung läuft. Trinker des Kollektivs, weitere Eindränge betreten unser Territorium. Sie sind kein Bestandteil der Maschine. Träger des Kollektivs, bekämpft und zerstört all jene, die sich der Maschine widersetzen. Kämpft! Kämpft! Okay. So, du bist jetzt eins. Und fährst jetzt gleich mal da runter. Und wir brauchen noch zwei davon. Schweres Geschütz, schweres Geschütz. Passt noch was rein? Was haben wir jetzt? Jawohl, passt noch was rein. Oh, geil. Fängt schon mal gut an. Geil. Los, los, los. Los, los. Ahhhh... Was für's blinkt da? Blinkt. Oh, geil. Oh, fuck you. Ja, Kollektiv. Toller Name. Erinnert mich jetzt irgendwie an die Borgs? Sie werden assimiliert werden. Moment mal, wir sind hier diejenigen, die... Oh, geil. What? Wo kommt das denn her? Was ist das? Das ist ne Mucke. Mucke. Das wird nix, du glaub ich. Dat wird so nix. Das ist mein LKW, mein... Was auch immer. Oh, was haben die denn? Ach, das ist der Commander. Oh, was haben die denn? Oh, dieses Sch... Heißt Mucke. Na, wo kommen die her? Aus deinem Zimmer? Oh, okay. Du bist nicht angegriffen. Nein, nein, die Commander... Warte. Ohhhh... Geil! Können die mich etwa mit... Oh, nein! Die können direkt aus ihrer Basis mich mit aller Riebel schießen? Ohhhh... Hegt euch doch... Geil! Ja, 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 geil. Geil, geil. Und ich krieg erste Fünfe und Verstärkung. Ihr spinnt doch. Ohhhh... Wie geil ist das denn? Und ihr, ihr steht da so wenig rum, ha? Ohhhh... Die sind überall... Ohhhh... Habe ich das nicht irgendwie mal gesagt? Irgendwann? Irgendwann... So... Keine Ahnung... Vor 10 Wochen... Dass das jetzt nur der Anfang ist und der total leicht ist und... Sobald ich den dann geschafft hab, wird's total höllenschwer und alles. Gebäude wird angegriffen. Oh Gott, nein! Mach irgendwas, so scheiße Luftabwehr! Oh Gott, was ist das denn für eine Luftabwehr? Und... Was ist das denn? Den Kamikatsangriff? Fliegen dagegen? Und sterben nicht mehr? Was? Ja, ein Scheiß. Ich sollte vielleicht irgendwas bauen. Oh, verdammte Scheiße. Ähm... Mh... 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 My Terran Spotter, bis der da ist, bin ich ja längst tot. Was haben die? Mg? Nein! Nein, Lancer! Ja, gib mir 5 Lancer und... Bauder von A5 kommt. Das Ding hat jetzt grad mal überhaupt keinen Sinn, dass ich das so einstelle. Und wie viele Einheiten befähle ich da grad? Sechs. Oh, warum bist du da nicht mal 1? Und... Ah, komm! Nein, auf 1 will ich haben. Mensch, Mensch, Mensch. Komm, ich muss sie vernichten, das wird sonst so nix. Komm, vernichtet man den scheiß Commander da wenigstens? Meiner wird gleich sterben, oder? Lebt er überhaupt noch? Nein. Oh, meine Fabrik ist... Oh, geil! Produktion abgeschlossen. Produktion... Cyborg, dich brauche ich. Hey, mein Commander lebt noch, wie geil. Oh, geile Scheiße. Oh, ich hab was... Ich hab was zum... 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 Zurückschießen. Egal, ich muss da jetzt erst mal ein wenig auf... Oh, die kommen schon wieder mit den Lufteinheiten? Fickt euch! Ey, ja... Klar... Fliegen voll dagegen. Was denn das hier? Grundlagenforschung abgeschlossen. Äh, äh... Motionsdrechte... Haupt zurückziehen und... Produktion abgeschlossen. Was?